Die Wall Street dürfte heute vor dem Wochenende ziemlich nervös werden. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens rückt der Zahlungsausfall immer näher und die politischen Entscheidungsträger scheinen hier keine Dringlichkeit zu erkennen, während das Geld bei Janet Yellen immer weniger wird, also praktisch das Geld ausgeht. Erster Punkt und zweiter Punkt, Peg West gestern ja massiv unter Druck und diese Bank könnte vielleicht das Wochenende nicht überleben, wenn jetzt nicht kurzfristig ein Käufer gefunden wird und diese beiden Faktoren, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben jetzt ja diese ganze Thematik mit der Schuldenobergrenze. Jetzt aber sollte eigentlich heute ein Treffen zwischen Biden, McCarthy und anderen stattfinden. McCarthy, also der Führer der Republikaner im Abgeordnetenhaus. Die Republikaner haben ja diesen Vorschlag da durchgebracht im Abgeordnetenhaus, aber man ist noch meilenweit auseinander, da ist überhaupt keine Einigung erkennbar. Jetzt sollte dieses Treffen heute stattfinden, wird irgendwann auf nächste Woche verschoben. Nicht mal ein genaues Datum wurde genannt. Ja, wann denn nächste Woche? Und hier sagte dann zum Beispiel, wie Sie unten sehen, McCarthy, ich glaube, das gibt nicht genügend Fortschritt für ein weiteres Treffen, um sich da zu besprechen. Also man ist noch nicht mal so weit miteinander sprechen zu können, weil die Positionen noch so weit auseinander liegen. Und wir sehen hier die Anleihenmärkte, besonders die kurzfristigen US-Staatsanleihen, die T-Bills, die reagieren geschockt, Booms, da geht es nach oben. Wir sehen praktisch alle kurzen Laufzeiten unter Druck, weil ein Zahlungsausfall droht, weil praktisch dann dieser Government-Shutdown kommen könnte, auch Anleihen nicht bedient würden. Und hier sehen wir mal links oben, Treasury Cash ist jetzt nur noch bei 155 Milliarden Dollar, geht ziemlich steil nach unten. Wir sehen die Kreditausfallversicherungspreise, diese Default-Sport-Preise gehen massiv nach oben. Und wenn wir uns mal den S&P 500 hier im rechten Chart 2011 und 2023 eben jetzt anschauen, da sehen wir eine parallele Struktur. Damals 2011, da ging es ziemlich rapide runter mit den Kursen aus Panik, eben was dann passiert mit dieser Schuldenobergrenze. Sehr wahrscheinlich wird da irgendwann eine Lösung gefunden werden. Die Frage ist nur wann. Und das ist eben die große Frage, denn wir haben jetzt noch 154, irgendwas Milliarden in diesem Treasury General Account von Janet Yellen. Also die Yellen hat noch 154 Milliarden Dollar. Am 9. Mai, das war Dienstag, da hatten wir noch 184 Milliarden Dollar. Das heißt, zwischen Dienstag und Donnerstag USA-Zeit haben wir mal eben wieder 30 Milliarden Dollar weniger. Das heißt, da ist in wenigen Tagen, in drei Tagen sind 30 Milliarden Dollar raus. Wenn wir das Ganze jetzt mal hochrechnen, 10 Milliarden pro Tag, dann wird das ziemlich knapp. Dann hat Janet Yellen wohl recht, dass das durchaus schon der 1. Juni oder vielleicht sogar schon vor dem 1. Juni sein wird. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben die verantwortlichen Politiker offenkundig nicht wirklich weiterkommen mit ihren Verhandlungen. Dementsprechend sehen wir Nervosität gerade an den Anleihenmärkten. Hier etwa mal die einjährige US-Staatsanleihe mit dem Pfeil markiert ganz oben, wo wir jetzt stehen. Hier der andere Pfeil, das war 2011, als ja praktisch auch dann ziemliche Panik war im Markt. Aber schauen Sie mal die Unterschiede an. Die Renditen massiv höher. Das gilt auch für die einmonatige US-Staatsanleihe, die jetzt bei 5,81 Prozent rentiert. Das ist deutlich mehr als der Zinssatz der US-Notenbank-Fed. Eben in Erwartung, in Furcht, dass man da keine Einigung finden kann. Das ist das eine. Diese ganze Schuldenobergrenzethematik. Und was man so hört, ist, dass jetzt viele Leute wirklich nervös werden, Firmenchefs nervös werden, Absicherungen betreiben. Und das Zweite ist eben diese ganze Thematik Bankenkrise. Peg West hatte ich schon angesprochen. Jetzt hatten wir gestern Abend neue Daten hier zu der Fed, wie auch zu den Geldmarktefonds. Und wir sehen, dass offenkundig der Stress im Bankensystem wieder größer geworden ist. Denn sowohl dieses Discount-Window-Usage ist wieder angesprungen. Also das ist praktisch der letzte Notanker für Banken, sich Dollars zu borgen von der Fed. Teuer verzinstete Dollars zu 5 Prozent, während man die Einlagen der Kunden normalerweise umsonst kriegt. Aber die Kunden ziehen eben diese Einlagen ab, packen sie in Geldmarktfonds. Wir sehen vor allem das BTFB, dieses Bank Term Funding Programme Usage. Da haben wir einen neuen Rekord. Also die Banken sind wirklich im Stress, könnte man sagen. Und hier sehen wir mal die Zuflüsse jetzt in diese Geldmarktfonds. Letzte Woche wieder 18,3 Milliarden, sodass wir jetzt ein Allzeithoch von 5,32 Billionen in diesen Geldmarktfonds haben. Das heißt, wir haben in den letzten drei Wochen 120 Milliarden Dollar in diese Geldmarktfonds fließen sehen. Und unten sehen Sie in dieser Grafik, blau ist Retail, also sind die Privatleute. Und grün ist der Insta-Dochernal. Und wir sehen, es ist vorwiegend wieder von Privatkundengeld da reingeflossen. Respektive eben dann wahrscheinlich von den Banken ausgeflossen. Wir bekommen heute Abend US-Zeit oder heute Abend deutscher Zeit, heute Nachmittag US-Zeit, bekommen wir die neuen Daten zu den Bankeinlagen und zur Kreditvergabe der Banken. Darauf werden die Märkte sehr, sehr achten. Aber die Banken insgesamt, die Regionalbanken genauer gesagt, weiter unter Stress. Wir sehen, dass diese Erholungen, die kurzfristig der Fall waren, immer wieder abverkauft werden. Hier der KRE regionales Banken-ETF. Gestern ja Jamie Dimon oder Diamond oder wie auch immer, der gesagt hat, von JP Morgan, der Chef natürlich, der gesagt hat, ja. We can assume there will be a little bit more with respect to regional bank stress. Also da wird noch einiges passieren. Er hat explizit eben angesprochen, Commercial Real Estate, also diese Gewerbeimmobilien, die könnten scheitern, so sagt er. Und er fordert ein Short-Verbote bei diesen Regionalbanken. They should go after them and virtuously. Also man sollte da streng hinterher gehen, obwohl er doch selbst weiß, dass das nichts bringt. Aber er ist halt ein Lobbyist. Und hier sehen wir mal Peg West, wie stark diese Aktie abgestürzt ist. Die Kalifornische Bank unter der sehr woken San Francisco-Fed-Chefin Daily Mary, die alles tut, nur nicht die Aufsicht eben der Banken. Hier sehen wir unter großem Volumen abverkauft. Wenn sich da jetzt nicht bald eine Lösung abzeichnet, dann dürfte das heute weitergehen. In einer Woche hat man knapp 10% seiner Eigenlagen verloren. Das ist unglaublich. Jetzt ist es aber so, dass Peg West nicht so groß ist, nicht als so systemrelevant gilt. Aber wenn zum Beispiel sich Dinge jetzt ähnlich abspielen, wie das bei Signature Bank war, da hat der Signature Bank eben massive Ausflüsse gehabt, hat dann versucht, von der FHLB, also von praktisch einem Verband, der Banken nochmal Notgeld gibt, Geld zu bekommen. Die waren aber nicht mehr erreichbar, weil es war Freitagnachmittag, Freitagabend. Und so musste die Bank dann am Wochenende abgewickelt werden. Und das könnte sich jetzt wiederholen. Wir haben dann hier unversicherte Konten im Wert oder auf Konten lagert, unversichertes Geld. Alles also über 250.000 Dollar in den USA ist unversichert. Außer man schließt eine Sonderversicherung ab. Aber da sehen wir jetzt 5 Milliarden Dollar. Also die Bankenkrise ist vorbei, hat man uns gesagt. Nee, warum sollte sie vorbei sein, wenn das grundsätzliche Problem nicht vorbei ist? Die Zinskonkurrenz. Ich wiederhole mich da. Gucken wir jetzt an die Märkte, meine Damen und Herren. In der letzten 20 Handelstage hat der S&P innerhalb von 8 Punkten geschlossen. Nämlich zwischen 4.130 und 4.138. Gestern wieder ziemlich mieses Volumen. Unter 70 Millionen SPY-Kontrakte. Nur am Tag Mittwoch, als die Verbraucherpreise aus den USA kamen, da waren wir mit 95 Millionen mal wieder ein bisschen kräftiger unterwegs. Wir sehen den Nester gleich den Plus, der Dow Jones deutlicher im Minus. Das ist so ein bisschen das Muster derzeit. Die Zykliker vor allem sind unter Druck. Aber gestern eben auch Walt Disney, die glaube ich 8% gefallen sind. Einer der größten Rückschläge. Und wer hat es gewusst? Die verdammte Legende Jim Cramer, der gesagt hat, Disney, wenn du 98 Dollar bezahlen kannst für die Aktie, dann tu das auf jeden Fall. So hat er gesagt, ja, jetzt kannst du sie ein bisschen günstiger haben. Hier sehen wir mal das gestrige Geschehen in der sogenannten Heatmap. Wir sehen eine Microsoft im Minus. Wir sehen eine Google deutlich im Plus. Über 4% der Nasdaq. Extrem am Anschlag in vielerlei Hinsicht. Warum ist Google gestern im Plus gewesen und Microsoft im Minus? Nun, da scheint es Google gelungen zu sein mit ihrem Bart und ein neues Update zu machen, das jetzt wirklich JetGPT vielleicht aus dem Rennen werfen könnte. Denn, komplett frei zu nutzen, ist mit dem Internet verbunden in Realtime, ist in 180 Ländern verfügbar. Und hier nur einige Punkte, die eben relevant sind. Erstens mit dem Internet verbunden. Zweitens hier ist es eben so, dass die Datenbank von JetGPT endet ja 2021. Also, das war nicht besonders aktuell. Man hat Voice Input, man kann diese Daten wunderbar exportieren. Man kann sich Zusammenfassungen von Webseiten machen lassen und so weiter und so fort. Das sind nur einige Punkte. Also, das könnte jetzt wieder mal ein Game Changer in diesem disruptiven Prozess sein, wo einer der Sieger zu sein scheint und dann kommt plötzlich der andere um die Ecke und hat wieder einen Vorteil. So oder so. Gestern wieder miserable Marktbreite der Nasdaq im Plus. Aber knapp zwei Drittel der Aktien im Nasdaq sind gefallen. Wir haben dann 137 mehr neue Tiefs als Hochs. 52 Wochen Hochs, 52 Wochen Hochs und 52 Wochen Tiefs sind damit gemeint. Also, diese Marktbreite ist katastrophal. Und schauen wir uns mal an. Apple alleine, ein Unternehmen, dessen Umsatz, wenn man sagen will, bestenfalls stagniert, ist mehr wert als etwa der Aktienmarkt Chinas, doppelt so viel wert in etwa als der Aktienmarkt ganz Deutschlands und in etwa so viel wert wie der Aktienmarkt des Vereinigten Königreichs Großbritannien, wo ja viele internationale Unternehmen auch gelistet sind. Das bringt so ein bisschen die Dimension auf den Punkt, wenn wir uns mal Nasdaq in Relation zum Russell, also zu den Nebenwerten anschauen. Und da sehen wir, da sind wir jetzt praktisch auf den Hochs, auf denen wir gewesen sind. Kurz vor Corona-Crash bricht der Nasdaq hier so systematisch langsam nach oben aus, ist die Frage. Ja, aber da sind ein paar Warnzeichen. Hier sehen wir mal den Nasdaq oben in dem Chart mit VXN. Das ist die Volatilität des Nasdaq, aber invertiert. Das heißt, die geht immer weiter nach unten, weil invertiert. Die Sorglosigkeit ist jetzt auf dem Niveau eben, dass wir auch zuletzt 2020, Anfang 2021 gesehen haben. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Korrelation zwischen Finanz- und Tech-Werten so gering ist, auch schon wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also Tech läuft so, so viel besser als Finanzen. Und ich glaube, dass Finanzen eben, wie soll man sagen, das Herz der Märkte sind, das Herz auch der Wirtschaft sind. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann wird sich früher oder später auch Tech nicht absetzen. Gestern habe ich gesagt, ja, die Leute werden sich auch in der Rezession weniger iPhones kaufen. Sagen manche, naja, aber iPhone ist sozusagen das neue Standard-Ding. Das wird immer gekauft. Das glaube ich nicht. Sondern die Leute behalten dann ihr iPhone, wenn sie eins haben. Und Apple ist ja hochgradig abhängig, was den Umsatz betrifft. Von den iPhones. Insgesamt ja die Lage, dass die fundamentale Situation für die Unternehmen nicht besser, sondern tendenziell schlechter wird. Wir haben jetzt die Erwartung, dass die Earnings in 2023 leicht rückläufig sind. Wir sind insgesamt ja rückläufig mit 4%, was die Earnings betrifft in dieser Berichtssaison. Und normalerweise, also wir haben nicht mal in nominalen, oder unter nominaler Berechnung, haben wir jetzt steigende Earnings, geschweige denn in Real Terms. Also wenn wir die Inflation noch mit abziehen und für einen gesunden Bullenmarkt brauchst du eigentlich Earnings Growth, brauchst du Wachstum bei den Gewinnen der Unternehmen und du brauchst eine unterstützende Zentralbank. Beides ist derzeit nicht der Fall. Die FED ist vielleicht fertig mit der Zinsanhebung, wissen wir nicht. Aber sie macht auf jeden Fall weiter mit der Bilanzreduzierung. Wir sehen ja die Probleme, Kreditklemme, Gewerbeimmobilien. Wir sehen, dass auch der US-Hausmarkt eben natürlich tendenziell nach unten tendiert. Diese Bankenschwierigkeiten, dass das also ein Soft-Landing gibt, das erschließt sich mir nicht. Und Kupfer zum Beispiel nimmt das vorweg. Kupfer fällt schon, während der S&P 500 praktisch noch weiter zumindest seitwärts läuft. Da könnte man sagen, Kupfer ist der bessere Frühindikator. Kupfer macht die Bewegungen früher als der S&P 500. Warum Kupfer fällt, liegt auch vielleicht an China, weil da die Daten so enttäuschend sind. Kreditvergabe geringer. Wir hatten jetzt sogar Deflation bei den Erzeugerpreisen. Also das könnte der Punkt sein. Ich will doch mal ganz kurz hier nach Deutschland kommen und zu unserer großartigen Energiewende. Deren Idee nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus der Sicht von Michael Sanders sowohl technisch als auch ökonomisch fragwürdig ist. Sie geht technisch wahrscheinlich nicht. Wir haben die Kapazitäten gar nicht. Sie macht ökonomisch keinen Sinn. Sie macht auch klimapolitisch oder in Sachen Klima wahrscheinlich keinen Sinn. Aber da gab es gut vernetzte Klicken, NGOs, Lobbyorganisationen, über die natürlich keiner bislang gesprochen hat. Alle sprechen über die Öllobby und so weiter. Der Atomlobby, aber hier wird nicht drüber gesprochen. Man kennt sich ja persönlich. Und so ist ein Energiewendestaat entstanden. Jetzt sagen manche, naja, Fugi, warum sagst du immer diese Geschichte mit der deutschen Energiewirtschaft und so weiter? Da ist ja alles richtig vielleicht, aber nervt. Aber das ist ein so zentraler Punkt. Warum? Weil wir einen autoritären Energiewendestaat bekommen, der unsere Zukunft, unsere Freiheit einschränkt, der uns auf die Pelle rückte. Und das im Namen der heiligen Kuh Klima. Da wird alles gerechtfertigt, kann alles gerechtfertigt werden. Faktisch ist das eine permanente Einschränkung von Freiheitsrechten. Freiheitsrechten im Sinne der großartigen, großen Sache, die hier angeblich vertreten wird. Die Effekte sind minimal. Die Wärmepumpeneinbau, der verpflichtend werden soll, bringt nicht so wahnsinnig viel, so rechtfertigt zumindest nicht die Wohlstandsverluste, die Millionen von Menschen hier bekommen. Und im Interesse der Zukunft meiner Kinder und anderer Menschen denke ich, dass wir hier wirklich umsteuern müssen. Und das ist ein so zentraler Punkt und ich werde nicht müde, die Einschränkung von Freiheitsrechten zu kritisieren. Also das dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir brauchen einen unideologischen Neustart der Energiewende, Technologieoffenheit statt irgendwie Fokussierung auf die totale Elektrifizierung, die uns ein Klumpenrisiko beschert. Und was ist die Folge grüner Politik? Karbonisierung. Wir stoßen mehr CO2 aus. Wir sind jetzt die Nummer 3, was die Karbonintensität bei der Stromproduktion betrifft. Hinter den Musterländern Polen und Tschechien. Gratulation, es geht um Klimaschutz. Alles klar. Nur passiert gerade das Gegenteil. Abschließend zwei Artikelempfehlungen. Gold profitiert von der Angst um die US-Schuldenkrise. Einige Banken sagen, das ist der optimale Hedge, den man da vielleicht machen kann. Erste Artikelempfehlung. Da dürfte, wie gesagt, heute die Nervosität reinkommen. Und zweite Artikelempfehlung. Super interessant. Die BRICS wollen ja bei einer Tagung in Südafrika eine gemeinsame Währung einführen. Oder haben zumindest die Absicht bekundet. BRICS ist ja Brasil, Russland, Indien, China und der Southafrika. Also diese 5 Länder. Und Südafrika scheint hier ein Treiber zu sein. Und jetzt hat gestern der Botschafter, der Amerikaner gesagt, oh, die liefern Waffen nach Russland. Buf, der südafrikanische Rand auf ein neues Rekordtief abgestürzt. Da sind also geopolitische Zusammenhänge erkennbar, die hochbrisant sind. Daher die zweite Artikelempfehlung. Gold und Südafrika. Heute Abend ja kein Markeflüster. Das wird aber jetzt nicht Standard werden, dass ich freitags keine Videos mache. Das sind eben Termine, die jetzt da der Fall waren. Sei es drum. Ich sage Servus und ciao. Schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag.